Hallo! 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 Ey, ich nehm's einfach ins Video mit rein! Aufhören! Hallo! Daniel, kannst du mich so hören? Nein, ich hör dich nicht! So, ich begrüße euch zu einem neuen Among Us Video. Dieses Mal mit Paluten-Fan und Rado Fusco. Ich hoffe, ich spreche den Namen aus. Sorry, wenn ich ihn falsch ausspreche. Ähm... Und, ja. Falls ihr auch mal bei Among Us dabei sein wollt, dann kommt doch gerne auf meinen Discord-Server drauf. Da könnt ihr exklusiv mit mir zum Beispiel aufnehmen. Oh. Da habt ihr die Chance, mit mir zusammen Videos aufzunehmen. Ich bin auch gerne bereit, für eure Projekte irgendwas aufzunehmen, wenn die cool klingen. Deswegen kommt gerne drauf. Den Link findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und dann habt ihr die Chance... Zack. Dann habt ihr die Chance, auch mal bei einer Aufnahme mit dabei zu sein. So einer ist er also. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Geht doch. Diese muss auch im Talk... Wo? Der Grüne ist mir von der Leiche entgegengekommen. Das ist eine Lüge. Sie ist mir aber da wirklich entgegengekommen. Sie ist auf einer heißen Spur. Sie ist auf einer verdammt heißen Spur. Ich glaub' gelb. Ich skipp meine Sicherheit, weil bei dir bin ich mir nicht... Ey, der muss noch drei... Er muss noch zwei Kills machen. Erstmal entmuten. Bitte muten! So. Euch ist schon bewusst, dass da gerade der Reaktor... Ja, komm, geht mal da noch vorne. Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo! Ey, die ist jetzt so close! Valuten-Fan rennt! Ein verlaten Fan! Ey, das war so close Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf Oh mein Gott, oh mein Gott Palutenfan, Palutenfan, Palutenfan Kritisch, kritisch Ich sollte mal meine Tasks machen, aber okay Nein, 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 nein Nein, das war genau der falsche. Haben wir euch jetzt sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. So, und da sind wir auch schon mal in der zweiten Runde. Und ich löse mal meine Tasks. Zack, 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 zack. Und ich muss mal hier ganz kurz die Hände noch was schreiben. Ja, komm dann einfach in den Talk rein. Also wir sind im User-Talk, das heißt, da kommst du rein, wenn du dir die User-Channel-Rolle gegettet hast auf dem Server, dann kannst du da reinkommen. So. Jetzt. So, mal gucken, ob man Janus liest. So, meine Tasks. Ich bin jetzt einfach gerade an meiner Tasks vorbeigelaufen. Lost. Aufmerksamkeit vielleicht wundert, warum das Video so auf Krampf... Okay, er ist tot. So auf Krampfproduktion ist. Ähm, der lag in Communication. Welchen denkt ihr? Keine Ahnung. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Ja, die darfst du nicht sagen, stimmt, du bist tot. Du musst ihn halt muten, Jano. Ach, Jano ist jetzt auch dabei. Ich würd' sagen, wir skippen, weil wir haben keine Anhaltskiste. Okay. Also, Jano wird dann gleich in der dritten Runde noch mitspielen. Das ist hier rein und dann... Zack. Download. Das ist, das ist... Also, die Rühlen wert, das wär so... Mein Internet. Oh, die Gäste ist so lächerlich. Mann! Ich war gerade fertig mit dem Donut bei 99%. Ich tu' einfach den braunen raus, weil er Instant gemacht hat. Oh, das Jahr kam aber ein bisschen zu arg schnell. Hausstrand. Hast du uns irgendwas zu sagen? Hä, was? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, ja, ja. Ja, vertrau mir halt. Du, es ruf mich raus, dann wirst du sehen, dass ich nicht... Wahrscheinlich bist du... So, moin. So, also. Große Paluten-Fan. Nein, 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 nein So, also der Kunde... Alle Newton! Save YouTuber, deswegen. so rein ich den communications rein zack dann renne ich mal hier rein da hoch perfekt so wo habe ich jetzt den Task da Kabel fixen ne downloaden ok also diese 5 Stunden die haben angezeigt werden das war so mein Internet mit wenn ich eine 1 Megabyte Datei runterlade und die Upload Geschwindigkeit passt glaube ich auch wahrscheinlich so ist die sogar noch schneller als bei uns daheim Upload Leute sorry dass ich gerade laber aber der eine der war plötzlich einfach vor mir ist der verschwunden ja es ist mal Internet lags oh man ja okay jetzt muss ich also warten ich habe kurz ne Ende Pelle geworfen alles geil wirst du sagen nicht reden und wir halten uns halt Zero dran ja ich auch time out confirm der Code ist immer noch gleich Jungs nein doch ne eigentlich was ist hier noch drin ne es ist rv l n v die Geprägen ist an alle ich war im Poster warte wie hieß so ein Game ähm paar guten Fällen hä warum hast du mich nicht gekillt wäre ein Easykill gewesen weil ich Angst hatte dass da noch jemand ist weil sie zu scheiße ist das stimmt weißt du was Leute immer mega abfuckt so jetzt wird nur noch einer Karte Karte beim Jano einmal also als wir da oben waren da hat es bei mir auf einmal gelegt ich hab da auch die Händigkeit aber da hat die Händler und dann bin ich drauf geflogen also will er gehen es ist da er ist mir auf Papier das macht also ich habe zu üblich die Kindheit aber dann bin ich drauf geflogen ist auch besser so aus wenn man gekillt hat also ich bin hätte es besser wenn ich dich gekillt hätte okay also muten muten so und so nachdem wir gerade eben ein Disconnect hatten probieren wir es jetzt nochmal und ich renne aber mal nach hinten hin ich weiß nicht genau ob ich schon erwähnt habe aber das heutige Video ist ein bisschen schneller produziert denn ich habe kaum Zeit denn ich habe vor ein größeres Projekt zu machen wir werden auch haben jetzt auch für Samstag das habt ihr gerade verpasst das Service aber nur für ein zwei Tage haben wir es war ist so nur weil der Schiff hatte oder was ne weil er kein Imposter war das macht ja gar keinen Sinn sonst hätten wir nicht gewonnen ich mach erstmal auf Private so okay wir waren ja noch zu viert haben wir gewonnen darnt also muten muten so das musste sein ja in der letzten Runde in der allerletzten Runde so hier habe ich angeblich Tasks zu tun ich bin weg so dann renne ich mich hier rein zu Admin I kill oh mein Gott I kill und für die die sich fragen ich sag es zwar ein bisschen später aber für die die sich fragen warum wir nur so mit wenigen spielen ich könnte mal sabotagen Wollt Gott auch reporten ja 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 weil ich hab's äh bei Gnacht man sieht also ich denke es ist ein safe report keine Ahnung warum ich glaube ehrlich dass es Yano ist weil er gerade eben so ja ich wollte reporten ich hab nur den Report Button neben dem Kill Button nicht gefunden alter er mit seiner scheiße Voice Changer Jano ich wurde Jano okay dann wollte ich auch Jano und ist Jano Poster wahrscheinlich bist du ja safe ich safe okay dann ist der random oder du ja safe okay ich verfolge einfach safe dann trinkst du mich entweder um oder naja wollte sie nicht kommen so dann renne ich mal nach hier hinten ich hasse es easy easy ich wusste es easy ja ich wollte es eh zugebanden also vielen vielen Dank an alle die mitgespielt haben falls ihr auch mal mitspielen bitteschön falls ihr auch mal mitspielen wollt dann joint meinem Discord server dann habt ihr auch die Chance drauf mal bei einer Aufnahme mit dabei zu sein wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne ein Like, ein Abo und aktiviert die Glocke und damit sagen sehen wir uns im nächsten Video wieder ciao Leute